Sie hat einen Durchmesser von 59 Zentimetern, wiegt 11 Kilogramm und ist die begehrteste Trophäe im deutschen Fußball. Am Freitag konnten Fans und Fußballbegeisterte in den Oldenburger Schlosshöfen der originalen Meisterschale ganz nahe kommen und sich mit ihr fotografieren lassen. Ganz tolles Gefühl. Ich habe die mal anfassen dürfen, als Eintracht Braunschweig Deutscher Meister geworden ist, 67. Und das war jetzt schon ein tolles Gefühl. Und das ist meine Enkeltochter, die ist Werder Bremen-Fan, ihr Papa auch und da wollen wir ein Foto mitbringen. Oh, herrlich. Das war echt super. Wo eine Meisterschale ist, da können auch die deutschen Fußballmeister nicht weit sein. Ex-Bundesliga-Torschützenkönig Ailton stattete den Schlosshöfen einen Besuch ab und erinnert sich auch heute noch gerne an den Moment zurück, in dem er mit seiner Mannschaft die gefeierte Trophäe gewann. Das ist mein bester Moment in meiner Karriere, das ist 2004 mit dem Schlosshöfen der Bremen. Und heute oder gestern und morgen wieder nochmal mit Schal ein bisschen Kontakt zusammen hier. Das ist so. Viel, viel Emotion. Ob Werder Bremen- oder Bayern-Fan, ein Foto mit dem berühmten Brasilianer wollten alle. Doch vor allem für die eingefleischten Verehrer des grün-weißen Vereins war das Zusammentreffen mit dem als Kugelblitz bekanntem Fußballer ein besonderer Moment. Ich habe ihn schon so oft spielen sehen mit Werder und ja, fantastisch. War ganz schön mal neben einem Fußballstar zu stehen. Ja, hört leider auf, aber irgendwann hat mir jeder mal sein Alter erwischt, wo man aufhören muss. Ich versuche ihn schon seit 2004, seit der Meisterschaft zu erwischen und endlich habe ich ihn mal erwischt. Ich habe jetzt auch in Oldenburg beim Hallenturnier versucht, aber da war kaum ein Rankommen bei ihm. Also von daher, ich bin richtig froh darüber, dass ich ihn heute mal erwischt habe, endlich mal, nach zehn Jahren. Nach erfolgreicher Titelverteidigung wird in diesem Jahr der FC Bayern München die Meisterschale in Empfang nehmen. Auch für die Zukunft malt der ehemalige Werder-Spieler den Bayern gute Chancen aus. Bayern München ist immer der Favorit. Es ist eine beste Mannschaft. Und wir haben diese Mentalität von jetzt, von Pepe Guardiola, haben sehr gut Fußball gespielt. Dortmund, ein bisschen hinter. Aber ich denke, Bayern ist noch Favorit für nächstes Jahr wieder Deutscher Meister. Neben der Meisterschale durften sich heute ausnahmsweise aber mal alle als Meister fühlen. Die schönen Fanfotos konnte man sich sogar zum Mitnehmen ausdrucken lassen.